Weißt du, wo du am 2. Oktober 2007 warst? Vielleicht nicht, ich schon. Es waren Ramadan, die letzten 10 Tage des Ramadans, des berühmten Monats der muslimischen Religion, wo alle Leute nach draußen gehen, um neue Kleidung für das Zügefest zu kaufen. Das Wetter war warm und es war schon ein bisschen dunkel. Ich war unterwegs zum Fitnessstudio mit meinen guten Freunden und meinen geliebten Cousinen. Wir diskutieren miteinander, wie und wo wollen wir das Zügefest feiern. Meine Mutter und mein Bruder Mustafa waren hinter mir. Sie wollten zum Markt gehen, um neue Kleidung zu kaufen. Plötzlich kommt aus der Dunkelheit eine Stimme. Jemand spricht mit mir. Er ist ein großer Mann, hat einen langen Bart und trägt schwarze Kleidung. Entschuldigung, sagt der Mann. Wohnst du hier in der Nähe? Ich brauche Werkzeug, um mein Auto zu verlieren. Ich antworte. Ja, gerne. Aber lass mich zuerst meinen Freund fragen. Ich habe mich umgedreht und meinen Freund, der ein Motorrad dabei hat, gefragt. Während meines Gesprächs hat der Mann plötzlich eine Pistole an meinen Kopf und schreit laut, Weg, 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 alle weg. Er schießt auf meine Freunde und schreit laut. Manche meiner Freunde sind weggelaufen. Manche sind vor Schreck stehen geblieben. Die Männer haben meine Augen zugemacht und mit einer schwarzen Mutze bedeckt. Sie haben mich in ein Auto geworfen. Alles war schwarz. Ich kann nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr hören. Nur das Geräusch von Schüssen. Und was jetzt? Wer sind sie? Was wollen sie?